Hallo Kilian, du stehst sonst hinter der Kamera und nicht davor, aber du hast was ganz Großartiges geschafft. Erzähl doch mal. Ich bin Kilian Kirchhoff und ich habe mit Hilfe des RVA meine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton bei TV38 geschafft. Super, und das hast du nicht alleine gemacht, sondern? Genau, mit meinem Ausbilder Benjamin Walter. Ja, guten Tag. Guten Tag, hallo. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur bestandenen Prüfung. Dankeschön. Super, und die Chance, die du im Anschluss bekommen hast, ist ja auch eine Beschäftigung bei TV38 und das hast du auch natürlich dem Geschäftsführer zu verdanken. Richtig, Herr Stricker. Ja, und der Feier fehlt natürlich mit Luftballons, wie es sich bei einer ordentlichen Party gehört. Und ja, wir freuen uns und sind sehr dankbar, um ein bisschen ernster zu werden, dass wir mit Ihnen, Herr Mattner und dem RVA Herrn Kirchhoff begleiten durften und dass wir es gemeinsam geschafft haben, die Ausbildung erfolgreich zu einem guten Ende zu bringen. Und wir sind froh, dass das geklappt hat und sind stolz und glücklich, dass wir dich bei uns im Team haben können. Dankeschön. Vielen Dank. Alles Gute für dich, Kilian. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Das hat richtig geklappt. Vielen Dank. Vielen Dank.